Ja, ich denke, dass alle Künstlerinnen und Künstler heute das große Anliegen haben, mit den wunderbaren Bewegungskünsten, die sie haben, dem Publikum auch etwas vermitteln zu wollen, mit seinen Kunststücken auch etwas ausdrücken zu wollen und eben das, was man an eigenen Erfahrungen, an Gefühlen, an eigenen Wahrnehmungen hat, eben über die Artistik darzustellen. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Und genau Zirkus kann das. Zirkus hat diese Fähigkeit und diese Kraft und jeder junge Mensch hat irgendeine besondere Fähigkeit, ein Talent. Und alle sind auch durch das Neustart Kulturprogramm so weit, dass sie wieder den Spielbetrieb aufnehmen können oder schon aufgenommen haben, fit sind, sich freuen und eben wieder Lebensfreude rüberbringen. Und das wäre alles ohne dieses Neustart Kulturprogramm gar nicht möglich gewesen. Diese Zeit hat uns alle sehr geprägt, aber hat auch etwas ganz Tolles mit sich gebracht, nämlich dass die Bundesregierung uns zum ersten Mal als ganz eigene Sparte Zirkus wahrgenommen haben. Und es kam ja ein Anruf vom BKM, die BAG Zirkuspädagog GV soll ziemlich viel Geld in die Hand nehmen und gleichmäßig verteilen. Das kommt aber daher, dass wir mit Förderanträgen und mit öffentlichen Geldern schon relativ viele Erfahrungen über Zirkus gestaltet Vielfalt vom Ministerium Bildung und Forschung gesammelt haben. Das hat ja auch die BAG Zirkuspädagogik vor Jahren schon auf den Weg gebracht, die Professionalisierung. Wir haben ein Anerkennungsverfahren für Zirkuspädagoginnen und wir haben alle mitgenommen und haben uns kennengelernt und ausgetauscht. Und da ist jetzt dabei, also der VDCU, das sind die traditionellen Zirkusse, dann aber auch die Großzirkusse aus Deutschland und Europa, der Tierlehrerverband, die Varietés, nochmal ein anderes Förderprogramm, Zirkus macht stark, die BAG Zirkuspädagogik, der PUTZ, das ist der Verband vom zeitgenössischen Zirkus. Und wir haben uns alle gefunden und tun uns wirklich alle drei, vier Wochen lebhaft austauschen, haben auch alle unsere Interessen gegenüber der Politik formuliert, dass wir sozusagen nach Neustart Kultur nicht in die Vergessenheit geraten, sondern gemeinsam mit dem BKM einen Zirkusfonds auf die Beine stellen, wo alle Zirkusverbände gemeinsam Zugang dazu haben und jedes einzelne Zirkusprojekt, das es eben in der Bundesrepublik gibt. Und da wollen wir zum einen ein Kompetenzzentrum Zirkus haben, weil wir gemeint haben, wir brauchen ordentlich viel Beratung. Also es gibt ganz viele Zirkusse, die brauchen Beratung, um überhaupt an Fördergelder zu kommen oder Bildung voranzubringen. Wir werden gut mit dem Zirkusfonds im BKM und auch unter Claudia Roth untergebracht. Ich weiß, da könnte man dann Brücken schlagen und das zusammenbringen. Und das andere ist natürlich auch, dass man genügend Geld in dem Fonds hat, um Produktionen und Projekte voranzutreiben. Dass man auch mal spielen kann, dass man mal ausprobieren kann, dass man einfach mal Geld hat, um verrückte Produktionen zu machen, um eben den Menschen zu zeigen, die zeigen, wow, Zirkus ist eine echte Kunstform. Und das dritte, was uns da ganz wichtig ist, und das passiert ja jetzt hiermit auch, Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt tatsächlich keine deutschlandweite Studie über Zirkuskünste. Und es ist auch sehr, sehr umfassend, weil es gibt eben Companies, es gibt Familien, die Zirkusse machen, es gibt Zirkusunternehmen, es gibt Einzelkünstler, es gibt Kinder- und Jugendzirkusse, es gibt Zirkusprojekte. Aber für die BAG Zirkuspädagogik kann ich mit Sicherheit sagen, dass es ungefähr 1.000 Kinder- und Jugendzirkusse in Deutschland gibt, dass hauptsächlich gerade Menschen aus schwierigen Lebenslagen, aus prekären Situationen den Zugang zum Zirkus finden. Ich glaube, das ist der erste Weg hinein in die Kunst, sie mitzunehmen, hinein ins Leben, zu sagen, wow, du bist wertvoll, du bist wichtig, du kannst etwas. Und das macht Zirkus gestaltet. Vielfalt von Kultur macht stark, dem Ministerium für Bildung und Forschung. Und natürlich haben sich auch ganz neue Sachen gebildet. Ja, hybrid, sagt man ja so schön so, halb-halb, ein bisschen digital, ein bisschen live, aber auch reine Live-Geschichten. Ich denke, dass Zirkus eine ganz hohe Selbstwirksamkeit hat, ein ganz hohes Potenzial, sich immer wieder selbst finden und zu erfinden. Sich selber wahrzunehmen, die Gruppe wahrzunehmen, es geht ja nicht. Es ist kein Solo-Künstler, kann alleine funktionieren, sondern da gehört ein Teamwork, da gehört ganz viel dazu. Es gibt sozusagen im Zirkus keine Verlierer. Es ist eine reine Stärkepädagogik. Also denke auf jeden Fall, dass der Zirkus weiterhin sehr divers und bunt sein darf. Auch eine klassische Zirkusnummer, wo zum Beispiel jemand mit dem Einrad jonglierend über das Drahtseil fährt, ist für mich genauso faszinierend, wie wenn jemand letztendlich ein hochgesellschaftspolitisches Thema in einem zeitgenössischen Zirkus aufarbeitet. Und beides ist wunderschön. Es muss nur immer so geschalten sein, dass es nachhaltig ist und dass es ein Miteinander ist. Und dann wird auch die Gesellschaft durch uns ein Stückchen glücklicher, freudiger, nachhaltiger.